Meine lieben Freunde, ich bin so dankbar. Ich sende euch hier eine kleine Nachricht aus meinem Diva-Fundus und ich bin so glücklich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, denn mein großes Konzert in der Brentano-Scheune vom 10. Mai wurde jetzt verschoben. In der Hoffnung, dass wir dann endlich wieder zusammen feiern können und zwar auf den 6.9.20. Es ist ein Sonntag und es wird dann sicher früher sein als sonst, also vielleicht um 19 Uhr. Ja, jetzt freue ich mich noch viel mehr. Wir sehen uns da. Ich freue mich. Tschüss.